Drei Dinge, die wirklich jeder kann, außer ich. Drittens, Schlittschuh fahren. Ich hab das einmal gemacht und war noch nicht mal eine Minute auf der Eisfläche und hab mir schon mehr blaue und lila Flecken zugezogen, als die Milka-Kuh höchstpersönlich. Zweitens, kochen. Wenn ich versuche, irgendwas auf dem Herd zu reißen, endet das immer im selben Dilemma. Äh, was muss man jetzt genau machen? Und ich sag's euch, wenn ich da erfolgreich durch will, dann gibt es da nur eine Möglichkeit. Vollreich. Nee. Hello Fresh. Ohohoho. Ob das besser enden wird? Das Paket muss her. Anleitung lesen. Ich kann lesen. Frische Zutaten auspacken. Fresh. Und dann schnell und einfach den Lachs zubereiten. Nee, ich hab keinen Lachs bestellt, weil ich tatsächlich Vegetarier bin. Aber weil die Speisekarte so riesig ist. War das übel easy. Man kann einfach zu Hause bestellen und wegen den wöchentlichen Speisenkarten hat man einfach eine riesen Auswahl. Und mit dem Coutel-O-Torte könnt ihr auf die erste Bestellung bis zu 120 Euro sparen. Außerdem könnt ihr den Hasen jederzeit kündigen. Und das hier ist das Ergebnis. Boah, schmeckt das gut. Erstens. Fortnite. Und das hier ist das bei uns. Bis zum nächsten Mal.